Da. Hey! Hä? Oh, ich versteh's nicht. Hey Leute, was geht? Karni über Spremerzum Games und Leute, willkommen zu einem neuen Roblox-Video. Und ihr könnt es sehen, wir spielen heute zum ersten Mal hier auf unserem Kanal. Piggy. Soll... Es ist kein schieseliges Spiel. Ich glaub, der Titelbildschirm hier ist doch das gruseligste. Es gibt Piggy und Piggy verfolgt uns, warum auch immer. Und irgendwoher kenn ich dieses Schweinchen. Also sieht es zumindest aus. Ist es vielleicht ein Kostüm? Okay. Es gibt verschiedene... Es gibt, glaub ich, nicht nur einen Modus. Okay, was spielen wir? Infection? Ich weiß nicht. Ich glaub, bei Infection, wenn wir von Piggy erwischt werden, dann werden wir auch zum Schweinchen, glaub ich. Well, this is the place that George Piggy was... Oh. Ich hab mir ein, zwei Videos schon angeguckt. Es ist eigentlich nicht gruselig. Gut, ich hab keine Kopfhörer auf, also kann ich auch nicht hören, was jetzt im Spiel passiert. Okay. Okay, wir müssen hier irgendwie rauskommen. Aber wie kommen wir hier raus? Okay, er hat, glaub ich, einen Schlüssel gefunden. Ja. Sehr gut. Oh Gott. Hat er sich erwischt? Hat er sich erwischt? Nein. Wir müssen hier irgendwie raus. Da unten ist ein Save. Piggy darf uns nicht hier finden. Okay, uns fehlt ein Holzstück. Piggy has broken up. Hat jemand Holz dabei? Holz! Oh Gott, Piggy ist da unten. Nein, 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 nein. Ich könnte mich natürlich hier, kann ich das hier als, nein, kann ich auch nicht. Wo ist Piggy? Aus der Ego-Perspektive ist das ziemlich gruselig. Hier ist sie nicht. Hier ist sie auch nicht. Hier auch nicht. Leute, wir brauchen so Holz. Damit wir... Wer hat die Pizza nicht gegessen? Hä? Nein, 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 lass mich in Ruhe. Piggy, lass mich in Ruhe. Es ist, glaube ich, mit einer der beliebtesten Spiele weltweit bei Roblox. Ich glaube, irgendwie 70.000 aktive Spiele. Ich glaube, Dobmy ist somit das beliebteste. Glaube ich. Wie? Leute, wo brauchen wir jetzt mal so... Kann man dieses Holzbrett hier nicht abmachen? Okay, ich bin hier, ich bin raus. Bin ich raus? Ah! Hast du einen Schlüssel hierfür? Natürlich nicht. Och Mann! Warum ist das so dunkel? Kann mal jemand einen Schlüssel besorgen? Nein, 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 nein. Lass mich bloß in Ruhe. Ja, das meine ich mit infiziert. Jetzt sind wir auf einmal... Kann ich die Tür nicht zumachen? Doch, ich kann sie zumachen. Ich kann mich auch nirgendwo verstecken. Okay, du hast den blauen Schlüssel. Okay, wir müssen raus. Aber sei vorsichtig. Ja, genau das meinte ich. Okay. Nein! Och, Mensch! Wobei, es sieht ziemlich cool aus. Was war denn hier drin? Ah, guck, hier ist noch ein weiterer Schlüssel. Da ist noch jemand! Also, das ist ein Modus von vielen, glaube ich. Weil der normale Modus ist, wenn du... Ja, Game Over. Wenn du von dem Schweinchen hier erwischt wirst, dann war es das für dich. Also, ich sag ja, der Titelbildschirm ist noch so mit das Gruseligste an diesem Spiel. Okay, wir spielen eine neue Runde. Gibt kurz Pause. Mal gucken, welcher Modus jetzt. Okay, äh... Ist das ein Gefängnis? Ist gut. Schule wäre eigentlich mal ziemlich cool. Noch nicht schon wieder im Haus. Ist doch langweilig. Ähm... Player. Ich will nicht Infektion. Ganz normal, nur ein Spieler, bitte. Es reicht mir. Mehr brauche ich gar nicht. Nur ein Spieler soll es geben. Sonst fühle ich mich verfolgt. Aber nun gut. Vielleicht habt ihr dieses Spiel auch schon gespielt, bestimmt. Ich habe es auch letztens in den Kommentaren gelesen. Okay, ich bin nicht Piggy. Es gibt jetzt auch Pfeilen, glaube ich. Okay, wer bist du? Wir haben uns auch noch da, da viel. I just need your rest. Okay, du musst dich ausruhen. Kein Problem. Wir kümmern uns anscheinend um den Rest. Don't worry. Money. We are getting out of here. Okay, wir werden hier rauskommen. Wir werden hier schon rauskommen. Keine Sorge. Wir werden alles dafür tun. Wir brauchen einen grünen Schlüssel. Oder einen Hammer. Ach, wir sind hier bei der... Ah, warte. Hier. Das kann ich mitnehmen. Kann ich mich damit verteidigen? Wahrscheinlich. Okay, vielleicht ist hier unten der Schlüssel. Den müssen wir jetzt erstmal suchen. Ich hoffe, Piggy ist, glaube ich, noch nicht wach. Wo ist der Hammer? Ich brauche einen Hammer, Leute. Vielleicht hier in diesen Mülleimer? Äh, in diesen Müllsäcken? Nein, natürlich. Vielleicht hier in diesen Mülleimer. Kann ich auch nicht öffnen. Kann ich auch nicht durch. Einen roten Schlüssel, einen orangenen Schlüssel. Wo sind die denn alle? Okay, was ist hier? Eine Karte. Also hier habe ich zum... Oh! Was? Mann! Oh! Gut, jetzt müssen wir warten. Gut. Dann starten wir mit der nächsten Runde. Okay. Wo wollen wir denn jetzt hin? Vielleicht ins Krankenhaus? Ich weiß es nicht. Ich habe das eben so ein bisschen beobachtet. Und es ist, glaube ich, eine Art Kettenreaktion. Das heißt, ein Hinweis führt zum nächsten. Das heißt, der Schlüssel, das brauchst du, um das zu öffnen, das, um das zu öffnen und so. Ich glaube, so langsam, so langsam. Ich weiß aber nicht, ob das bei jeder Map so ist. Aber so habe ich es verstanden. Nein, komm, nochmal, Player. Ich habe keine Lust auf Infection. Ich muss das erst mal richtig verstehen. Ich hoffe, ich bin nicht Piggy. Weil wenn ich jetzt... Wobei? Wäre eigentlich auch mal cool. Aber ich kenne die ganzen Maps nicht. Mal gucken. Wer ist es? Ich sage ich. Nein, doch nicht. Okay. Gut, 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 gut. Jetzt wollen wir mal ein Neuerfluss zu entkommen. Sind wir schon wieder in dem Haus? So langweilig. Immer das Gleiche. Es ist doch langweilig. Nun gut. Warum ich mich darum kümmern muss und nicht die Polizei, das frage ich mich jetzt einfach mal so an dieser Stelle. So, okay. So. Ich glaube, viele kennen den Ort hier schon. Ich kenne, wie gesagt, ich kenne es hier noch nicht so gut. Dementsprechend weiß ich leider noch nicht, wo. Oh nein! Oh, das gibt es doch nicht. Mann! Ich bin ein paar Sekunden drin und schon werde ich erwischt. Das ist doch nicht fair. Ich hasse dieses Spiel. Ja gut, ich hasse es nicht, aber ich hasse, dass ich immer erwischt werde. Ich versuche doch nur zu entkommen. Aber diesmal ist es ein Kätzchen. Sieht ziemlich freundlich aus. Ja gut, jetzt habe ich schon wieder erwartet, ne? Das ist ja nur zu ein paar Sekunden, ne? Für euch. So, ich bin jetzt einfach in eine andere Lobby gegangen. Das sollte mir alles zu lange sonst. Jetzt muss ich den ganzen Tag warten. Wie sieht es denn hier aus? Habt ihr schon ein bisschen was gemacht, oder? Okay, das Holzbrett ist auf jeden Fall schon da. Wir können hier durch. Okay, wir brauchen hierfür was. Was denn? Hm, ne Zange. Oh nein, nein, nein. Genau. Wir kommen gar nicht erst hier hin. Okay, hier ist ein Laser. Ist hier die Zange irgendwo? Könnte sein. Wir brauchen einen roten Schlüssel. Wo ist denn der rote Schlüssel, bitte? Der rote Schlüssel. Nein, 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 nein. Lass mich bloß in Ruhe. Nein, 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 nein. Ich hasse es. Mach doch die Tür zu. Nein. Das gibt es nicht. Ich kriege hier zu viel. Mann. War ich der Letzte? Nein, natürlich war ich nicht der Letzte. Schon wieder in ein neues Spiel. Ich kriege es nicht hin. Wo sind denn die ganzen Schlüssel verteilt? Okay, wir sind endlich mal woanders. Hier sind aber schon einige fallen. Okay, was brauchen wir? Okay, da brauche ich was Irgendwannes. Brauche ich irgendwo einen gelben Schlüssel für mich? Oh Gott, was machst du hier? Ist einfach mal vorbeigelaufen. Hier ist ein grüner Schlüssel. Wofür brauchen wir das denn alles? Hilfe, wir sollten schnell weglaufen. Hilfe, wir sollten schnell weglaufen. Ich hatte doch einen gelben Schlüssel. Lass mich in Ruhe. Warum kriege ich das nicht auf? Ich hatte doch den Schlüssel. Ja, super. Jetzt hänge ich hier in der Falle. Aber hier waren wir doch schon. Kann mir mal jemand sagen, wie wir hier entkommen? Ist doch nicht euer Ernst, Leute. Da unten war der lilaner Schlüssel. Ist das vielleicht der Schlüssel, den wir hierfür brauchen? Ich weiß es nicht. Und tschüss. War hier nicht gerade ein lilaner Schlüssel? Oh Gott. Ah! Es tut mir leid, aber ich rechne nicht damit. Okay, wofür kann ich damit jetzt Piggy erschießen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin etwas verwirrt. Jetzt, wo ich auf der Suche nach... Das gibt es noch nicht. Habt ihr sie gesehen? Ich kann mich um sie kümmern. Da. Hey! Hä? Oh, ich verstehe es nicht. Komm, ein letztes Mal versuchen wir es noch. Wie kann man denn Piggy besiegen? Also bitte. Kann mir das doch bitte einer erklären? Ich dachte, mit der Waffe geht das. Aber nein, anscheinend nicht. Ja, ich weiß, dass es hier nicht sicher ist. Danke. Aber das ist mir auch selber schon bewusst. Obwohl, wenn wir im Krankenhaus sind, ist es cool. Ist mal was anderes. Ich bin nicht alleine. Nein. On the roof. Okay. Wir müssen zum Dach irgendwie kommen. Habt ihr den Schlüssel? Okay, du hast eine Karte. Sehr gut. Ich habe hier eine rote Karte. Und brauchen wir die vielleicht? Oder brauchen wir erst den Schlüssel? Nein. Wir brauchen die. Sehr gut. Was brauchen wir hierfür? Oh, sehr gut. Klasse. Hier müssen wir... Okay, wir brauchen einen lilanen Schlüssel. Ja, wow. Da hätten wir auch so... Hätten wir das auch so gefunden. Aber wir gehen mal hier lang. Wie sieht es hier aus? So ein Leuchtstab ist das, glaube ich. Hier brauchen wir was Grünes. Habt ihr was Grünes gefunden, Leute? Ich habe einen Hammer. Keine Ahnung, ob ich den brauche. Für was könnte ich den denn brauchen? Ich sage euch, ich muss mich in diesem Spiel hier noch ein bisschen besser auskennen. Vielleicht muss ich hier nochmal nach unten. Ich gehe mal nach unten. Damit kann man ja gar nichts machen. Okay, eine... Hier ist die grüne Karte auf jeden Fall. Damit muss ich jetzt einmal nach oben. Okay, ich muss jetzt irgendwie zu Grün nochmal kommen. Wo war das denn noch? Das war oben, ne? Okay, okay. Gehen jetzt einmal hier vorbei. Hier irgendwo konnten wir was mit der grünen Karte aufmachen. Irgendwie sowas war doch hier. Oder... Ah, nee, jetzt brauchen wir das... Wo hatte ich das denn jetzt hingetan? Oh, ich glaube... War das hier bei Google? Nein, 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 nein! Oh, 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 oh! Ich weiß nicht, wo ich das hingepackt habe. Nein, nein, ich wollte nicht die gute. Oh, 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 oh! Ich habe sowas von verloren. Was hier irgendwo? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. nein 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 habe ich es geschafft anscheinend schon ich finde das holz credible leute ihr habt gesehen das erste mal gespielt und ich kriege es einfach nicht hin ich weiß nicht wo die ganzen objekte immer sind das muss ich noch lernen. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Alter, das ist einfach nur krank. Party! Hey Leute, was geht? Kann ich aber schon mehr zum GameZoom? Leute, willkommen zu einer neuen Roblox Challenge. Wobei, wobei doch, es ist eine Challenge. Ich spiele heute Piggy mit 100 Spielern. Ne, dieses Spiel gibt es auch. Keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt, dieses Spiel mit 100 Spielern zu spielen. Oder mit 99 anderen. Oder bis zu 99 anderen. Es wird auf jeden Fall chaotisch. Sagen wir es, wie es ist. Es wird chaotisch. Guckt auf. Es gibt normalerweise nur, ich glaube, bis maximal 6 oder 8 Spieler. Oder 10. Das sind einfach jetzt 100 ungefähr. Okay, wir wählen jetzt zumindest die Schule aus. Wie viele? Wow. Ihr könnt die Stimmen hier sehen. Haus, okay. Noch ein bisschen mehr. Es wird auf jeden Fall chaotisch. Ich weiß nicht, welcher Modus gespielt wird. Infection wäre natürlich das Heftigste. Bitte nicht. Lasst uns normal spielen. Infection ist einfach zu heftig. Dann sind alle auf einmal Piggy und... Oh, Leute. Ey, es ist das absolutste Chaos. Keiner will Bonds irgendwie. Warum auch immer. Okay, wir spielen Infection also. Das wird witzig. Dann gibt es bis zu 100 Piggy. Ja. Das wird spannend. Wir starten, glaube ich, alle in diesem kleinen Zimmer, oder? Müsste eigentlich, wenn wir jetzt hier im Haus spielen. Wie kommt man auf die Idee, dieses Spiel mit so vielen Spielern zu ermöglichen? Gut. Wird aber bestimmt witzig. Oder chaotisch. Also chaotisch definitiv. Guckt euch das mal an. Wie so eine Schulklasse auf einmal. Alle sind unterwegs. Schaffen wir es trotzdem hier raus, Leute? Vielleicht schaffen wir es ja trotzdem hier raus. Komm, vielleicht hat jemand das Holzbrett gleich schon und kann es hier hinbringen. Aber bisher geht es noch. Also keiner ist Piggy. Leute, ihr wollt alle raus. Ich verstehe das, aber... Oh, wie sind die da drauf gekommen? Oh Gott, ist was... Da schon. Okay, da ist Nummer 1. Jetzt fängt es an. Leute, ich sage es euch. Jetzt fängt es an. Guck mal, da unten... Jemand hat das Holzbrett auf jeden Fall gefunden. Können wir jetzt bitte hier raus? Bevor Piggy hier nach oben kommt. Ich möchte nicht, dass Piggy nach oben kommt. Mal guck, hier unten ist schon was los. Sind schon alle unterwegs. Alle Piggy. Was ist hier mit dem Laser? Kann ich die Tür wieder zumachen? Ich möchte hier nicht eingesperrt sein. Nein, nein, nein. Oh. Ich habe das Gefühl, ich gehöre noch zu den letzten Überlebenden. Ich glaube, hier runter. Soll ich hier runter einmal? Ja, ich geh hier runter. Ah! Es tut mir leid, wenn ich mich immer erstrecke, aber... Es geht nicht anders. Auch bei so vielen. Geht es für mich nicht weiter? Bin ich raus? Hä? Warum bin ich dann tot? Das war auch Infection. Na gut, wir gehen direkt in das nächste Spiel. Okay. Wir sind in der nächsten Lobby. Immer Haus. Immer... Okay, wenn ich mal das andere Spiel... Leute, also bitte. Immer das Gleiche. Ist doch einfach für Piggy dann. Gibt es eine Person, die... Mal in die Kommentare und seid ehrlich. Länger als zwei Minuten hier überlebt habt. Egal. Also bei... Mit 100 Spielern. Egal welcher Modus. Komm, bitte hier. Player. Das wäre mal ganz gut. Und nicht... Äh... Infection. Komm schon. Bitte nicht Infection. Ich will mal eine normale Runde. Okay. Okay. Player has been selected. Wenn ich das jetzt bin, kriege ich die Krise. Okay. Ich bin es nicht. Jetzt gibt es aber nur eine Person, die Piggy ist. Ne? Das ist wie jetzt so Murder Mystery eigentlich. Ne? Nur mit einem Schweinchen. Ganz einfach erklärt. Das ist einfach nur krank. Das macht doch keinen Spaß. Wobei doch. Das macht Spaß. Party! Eigentlich müsste man jetzt noch viel schneller entkommen als früher, ne? So, hier geht es durch. Wir sind in der Küche. Ey, wenn ich jetzt von Piggy als erstes erwischt werde, ne? Hat jemand den Schlüssel dafür vielleicht? Hallo? Ein Schlüssel fehlt uns. Ein Schlüssel. Es wäre sehr vom Vorteil, wenn wir diesen Schlüssel in den nächsten Sekunden... Ach, Piggy ist jetzt erst mal. Finden könnt, ne? Okay, was ist jetzt hier drin? Ach, ich glaube, das waren die Patronen, die ihr letztens gemeint habt, ne? Für meine Waffe. Dann ist Piggy wohl 20 Sekunden irgendwie kurz außer Gefecht. Und dann geht es weiter. Wo bist du denn? Aber wärst du jetzt klug, würdest du zur Tür laufen, Piggy. Ja. Warum? Das ist doch nicht Infection, oder? Irgendwas stimmt hier doch nicht. Wie gut, ich bin weh... Ich... Okay, ich hab hier... Hat jemand eine Waffe von euch? Aber wobei, bei so vielen Piggy's... Also weiß ich nicht, ob das was bringt. Ich versuche zumindest zwei Minuten zu überleben. Also wenn ich bis acht Minuten schaffe, dann bin ich stolz auf mich. Wirklich. Dann bin ich wirklich stolz auf mich. Dann hab ich diese 100-Piggy-Challenge geschafft. 100-mal-Piggy-Challenge. Ne? Hab ich erfolgreich beendet. Ich bestimme jetzt mal die Regeln. So, guck mal, der Server kommt gar nicht hinterher. Ne, weil so viele Spieler auf diesem Server immer sind. Und Roblox gar nicht hinterher. Ja, Leute. Ich glaube tatsächlich, ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Schaffen wir es auch zu entkommen, oder ist das irgendwie problematisch? Wie sieht es denn aus hier mit den Piggy's? Sind die immer noch an der Tür? Also einer ist auf jeden Fall... Was machen die da? Guck euch das mal an. Lass mich rein! Ich hab das Gefühl, also dieser Modus geht auf jeden Fall klar. Da kann man ein bisschen länger überleben. Aber hier, Infection ist ja absolut schlimm. Guck mal, hier sind sie alle, aber sie wollen hier auch nicht raus. An eurer Stelle würde ich mich mal ein bisschen bewegen. Ihr wisst doch, dass alle im Garten wahrscheinlich sind. Kommen wir jetzt hier mal weiter? Kann mal jemand was tun? Oder... Okay, scheint... ...passiert zu sein. Und wie komme ich hier jetzt raus? Ich möchte auch einmal hier entkommen. Geht sich jemand versteckt? Mach ich auch. Hallo! Ich glaube, wir werden nicht überleben. Weil Piggy sich da vor die Tür... Oh, da ist Piggy. Hallo! Ich glaube, er ist tot. Oder? Nein! Was ist denn los? Ach, dieses Spiel ist so verwirrend. Ich leife einfach nur nach oben. So. So, hier habt ihr auch alles geklärt. Dann müsst ihr hier eigentlich auch die Tür jetzt... ...aufgehen. Und der Laser hier. Sehr gut. Und dann bin ich wieder hier. Ist das euer Ernst? Was bringt mir das denn? Mann! Und Piggy läuft hier so rum, als wäre es ihr eigenes Haus. Bin ich nicht in Ordnung. Und wir stecken uns mal weiter in unserem Zimmer. Es gibt viele sinnlose Spiele, aber... Ich verstehe es gerade nicht. Wir haben die ganzen Hinweise, glaube ich, gesammelt, aber... Komme ich auch mal raus? Oder müssen wir dafür ein Code eingeben? Ich bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Wie immer. Wie oft bei Roblox. Ist hier was um die Ecke? Nein, gibt es natürlich nicht. Komm bitte nicht in dieses Zimmer. Nein, hier nicht. Mach die Tür auf. Mach die Tür auf! Lass mich wieder rein. Lass mich wieder rein! Baureit. Ich glaube, ich werde aus diesem Zimmer nie wieder rauskommen. Aber ich habe bis sogar sieben Minuten fast überlebt. Finde ich nicht schlecht. Finde ich gar nicht so schlecht. Aber ich komme hier auch nicht mehr aus meinem Zimmer raus. Soll ich es riskieren? Komm, ich riskiere es. Dann will ich raus aus der Tür! Hammer! Hammer! Wir brauchen einen Hammer! Hallo! Weiß jemand, wo der Hammer ist? Ach, es geht nach unten. Das wusste ich gar nicht. Tresor! Tresor! Werde ich schaffen zu ihm kommen? Nein, ich bin jetzt... Hat jemand den Schlüssel hierfür? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich verstehe es nicht. Habt ihr denn... Was ist denn der Schlüssel hierfür? Leute! Hast du den Schlüssel? Nein. Geht vielleicht mein Schlüssel damit? Ich probiere es mal. Natürlich nicht. Ist ja auch klar. Ach, guck mal, wer da ist. Hallo! Ja, es sieht ein bisschen gruselig aus. Ja. Deswegen verschwinden wir mal wieder. Du hast den Hammer, was sehr gut ist. Aber wer hat den Schlüssel hierfür? Ich glaube, hier werden wir niemals rauskommen. Niemals! Werden wir den Schlüssel dafür nicht haben. Also, wir sind auf jeden Fall noch nach sogar fünf Minuten am Leben hier bei Piggy und der 100er Challenge. Aber ich habe das Gefühl, kann man hier so entkommen oder... Ja, war klar, dass ich jetzt genau vor Piggy lande. Ist aber durch. Dankeschön. Hä? Wurde ich jetzt erwischt? Jetzt die ganze Zeit wurde ich nicht erwischt. Und jetzt auf einmal! Komm, ein letztes Mal versuchen wir es noch. In einer anderen Lobby. Ein letztes Mal. Endlich mal woanders. Wir sind hier bei der Train Station. Okay. Hat jemand den blauen Schlüssel gefunden? Wahrscheinlich nicht. Der blaue Schlüssel muss her. Ist nichts. Müssen wir hier einmal vorbei. Das braucht erstmal nichts. Hier ist rot. Okay, hierfür brauchen wir eine Karte. Die Karte ist wahrscheinlich woanders. Ich sehe auch Piggy nicht. Ist Piggy überhaupt hier? Ich sehe auch keinen Code. Also keinen Timecode. Ich sehe auch Piggy nicht. Läuft das Spiel hier überhaupt? Ich habe das Gefühl, hier kommt man nicht raus. Ich sehe auch nicht Piggy. Ich sehe gar keinen. Ich kann das, dass ich das Spiel einfach nicht verstehe. So, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Löwe. Das kann doch nicht wahr sein. Einmal versuchen wir es. Ein letzter Versuch hier noch in irgendein Spiel zu kommen. Ja, natürlich sind wir wieder im Haus. Und ich bin direkt auch hier bei Piggy. Natürlich. Warum auch nicht? Sind wir vielleicht jetzt schon weiter. Ich gehe mal nach unten. Nach drei Minuten sollten wir das doch hier mal geschafft haben. So, komme ich hier jetzt raus? Ich glaube, ich bin tatsächlich mal entkommen. Ist es soweit? You escaped. Ja, Leute. Ich habe es geschafft. Bei der Hunderter-Challenge hier bei Piggy zu entkommen. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glock aktivieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. War das anstrengend. Ey, Mann, ey. Warum bin ich denn so langsam? Das ist ja furchtbar. Der ist ganz schön frech hier. Mann, ey. Kriegst du den nicht? Nee, ich kriege den nicht. Leute, bin ich der Einzige, der versucht zu entkommen? Ich habe das Gefühl, die anderen möchten gar nicht entkommen. Dann bist du, glaube ich, einfach der Einzige. Der eine will mich nur nerven. Hey, Leute. Was geht? Kanier mit? Danja. Hallöchen, Danja. Na, alles klar? Ja. Ich hoffe. Wir sind heute in einem etwas gruseligen Spiel. Wir spielen heute das erste Mal gemeinsam Piggy. Ich habe das ja schon gespielt, aber für Danja ist es jetzt das erste Mal. Und mich hat das auch direkt schon in der Runde erwischt. Danja ist noch drin. Da kommt Piggy. An deiner Stelle will ich abhauen. Ja, ich glaube schon. Was muss ich denn eigentlich machen? What's? Also du musst entkommen. Du musst entkommen. Du siehst einzelne Schlösser und sowas. Da musst du entkommen. Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo du es gleich erwischt. Ich glaube, der Zirkus, wo wir hier gerade sind, ist das schon Chapter 8? Ja, also stand vor uns zumindest irgendwas mit Chapter 8 da. Ja, ich weiß nicht, ob das aber Chapter 8 momentan schon ist. Piggy verfolgt mich. Ja, es gibt hier einzelne Hinweise oder auch Schlüssel oder andere Sachen, die du findest und dementsprechend auch einsetzt. Oh, no. Okay. Okay. Du machst das schon gar nicht so schlecht. Oh. Also es ist so ein bisschen Mördermistik. Mystery, aber mit einer Story und Escape Room, so weißt du? Okay, ich habe einen blauen Schlüssel und das Problem ist, es verfolgt mich. Und ich würde gerne einfach wissen, wo ich den blauen Schlüssel jetzt mal einsetzen kann. Ne, da brauchst du einen gelben. Das ist so falsch, ja. Mein Gott, jag jemand anderen. Du machst das aber für die erste Runde. Oh, gar nicht so schlecht, aber du wurdest erwischt. Okay, na gut. Danja wurde erwischt. Das heißt, wir machen weiter in einem weiteren Kapitel. So, mal gucken. Ja, hier, der Zirkus aus Karneval 8. Ich würde ganz gerne mal, ja, ich würde ganz gerne hier School mal machen. Chapter 5. Weil wir hatten, ich hatte, glaube ich, die, genau, Metro hatte ich schon. Ja, haufe sowieso, das ist Standard, aber ich glaube, das haben schon viele durch. Und jetzt hier Player oder was? Ja, würde ich sagen, ne? Macht am meisten Spaß. Infection ist nicht so, mag ich nicht so. Wobei, ich habe letztens, es gibt ja auch nichts, ne? Ich bin Piggy. Ist es dann so wie Fangenspielen, dass ich... Genau, dann ist der andere auch Piggy, genau. Ah, okay. Oh, ich bin Piggy. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. So, what am I supposed to do? Ich schlag euch einfach, oder was? Ja, genau, du musst uns wie bei Murder Mystery versuchen, zu entkommen und wir versuchen zu entkommen. Okay, wir müssen einen Freund retten. Ah, okay, alles klar. Das ist Chapter 5 in der Schule. Ja. Okay. Use your traps to stand there. So, meet me in the... Okay, so. Es gibt einen Grünschlüssel, wir brauchen einen Grünschlüssel. Einen grünen Schlüssel! Hier ist ein Türkiserschlüssel. Oder blau, in jedem Fall. Und schlagen einfach mit links... Ja, mit der linken Laufstaste. Ah, hier ist der grüne Schlüssel. Okay. Ich bin voll langsam, ey. Habt ihr die Matheaufgabe hier was zu bedeuten? Bestimmt, ist bestimmt super wichtig. Oh, was machst du hier? Hä, was, ich? Ich mach hier gar nichts. Ich chill hier nur. Ich seh's. Du hast auch eine Falle aufgestellt. Hm. Wenn ich gehofft hab, dass ihr da reinlatscht, aber... Das did not work very well. Ja, das brauchen wir hier wahrscheinlich. Äh... Okay. Hä? Nein, das geht nicht mit links, klick. Vielleicht musst du in der Nähe von uns sein. Nee, ich jag ja gerade einen. Geht gar nicht. Oder muss ich den direkt berühren? Vielleicht? Ja, ich glaub... Ja, es kann auch sein. Ja. Okay. Ja, muss ich. Ich muss quasi in jemanden reinrennen. Und dann klappt das. Ah, warte. Ah, okay, okay. Fabel! Ich glaube, ich werde hier entkommen können. Oh, toll. Das gefällt mir nicht. Der ist ganz schön frech hier. Mann, ey. Guck mich auch die ganze Zeit so mies an einfach. Okay. Denkst du auf jeden Fall? Ein Bunny. Letzt ja, alle vier. Kann ich die Dinger eigentlich auch wieder einsammeln? Wo bist du? Echt? Ja. Ich glaub, mich wirst du erst mal nicht so schnell finden. Nee. Ärgerlich. Ah, schade. Ich kann die Schlüssel ja gar nicht einsammeln. Nein, nein, du nicht. Wäre aber auch lustig, wenn ich euch die wegnehmen könnte einfach. Ja, das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Vielleicht kommt das ja auch in irgendeinem Update. Ach, was hier ist. Was ist mit dem? Dude. Hier ist denn der jetzt auch... Ach, nee, den hab ich jetzt keinen Bock. Ah, okay. Furchtbar. Habe ich das Licht jetzt angemacht? Ich weiß es nicht. Okay. War doch hier in der Nähe. Leute, bin ich der Einzige, der versucht zu entkommen? Ich hab das Gefühl, die anderen möchten gar nicht entkommen. Also der eine, der nervt mich nur die ganze Zeit. Kriegst du den nicht? Nee, ich krieg den nicht. Also du bist ja... Ich versuch zu entkommen. Hm? Ich versuch zu entkommen. Das machst du gut. Dann bist du, glaube ich, einfach der Einzige. Der eine will mich nur nerven. Und ich weiß nicht, warum. Oh. Lass mich in Ruhe. Geh doch einfach weg. Ich brauche aber den türkisen Schlüssel. Den hatte ich doch oben irgendwo gesehen. Leute, bin ich der Einzige, der hier was macht? Ja, der hat Spaß vor mir wegzulaufen. Oh, du bist da. Ich sehe mich. Ah! Hast du gerade mit Absicht in mich reingelaufen? Nein, ich hab dich nicht gesehen. Achso. Hm, vor mich. So, jetzt hab ich dich aber einmal gesehen. Ey, lass mich in Ruhe. Nein, ich lass dich nicht in Ruhe. Ey, Mann, ey, warum bin ich denn so langsam? Das ist ja furchtbar. Achso, ich muss noch mal in den Keller. War das... Ach nein, das war nicht hier. Nein! Hä? Warum läufst du noch rum? Das gibt's doch eigentlich. Ich bin entkommen, glaube ich. Ja! Ich bin entkommen! Och, Mann! Yes! Oh! You escaped! So kurz vor dem Ziel. Also, Schule habe ich geschafft. Okay, man muss dann da runter. Hängen wir. We are going to help you. Okay, müssen wir jetzt... Ich glaube, jetzt wird das Krankenhaus-Chapter, glaube ich, kommen. Ja? Chapter 6. Ich würde gerne Chapter 6 danach spielen. Ja, können wir machen. Ich, äh... Wenn das klappt. Ich laufe noch rum. Vielleicht erwische ich ja nochmal jemanden. Ja, sie muss eigentlich nur noch entkommen, aber ich glaube, sie kennt den Weg nicht. Okay, du hast sie gefunden. Okay, damit ist das Spiel vorbei. Also, es sind nicht alle entkommen. Ich bin auf jeden Fall entkommen. Das ist sehr gut. Das freut mich. Yay! So, nächste Runde. Okay, dann starten wir mit der nächsten Runde. So, Chapter 6. Ja, ich würde gerne ins Krankenhaus. Ich glaube, dass es seit Chapter 1 ist. Das ist, glaube ich, eine ganze Geschichte, die erzählt wird. Aber, komm, jetzt will ich hier zu Chapter 6 ins Krankenhaus. Es sei denn, ich bin Piggy. Es kann natürlich sein, dass ich Piggy bin. Oder, äh... Ja, komm, ich spiele mit dem Player. Ja. Witziger. Ich hätte sonst gesagt, lass den Bot machen. Dann ist es keiner, aber... Ich weiß halt nicht. Nein, das ist zu langweilig. Vielleicht sind die auch OP. Kann natürlich auch sein. Nee. Das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich nicht. Dass der Bot OP ist. Oh, okay. Ist das keiner von uns? Sehr gut. Das heißt, wir können hier nochmal entkommen. Ja. Das heißt, die richtigen Beweise oder Hindernisse sammeln. Genau, sie hatte mich jetzt eben ins Krankenhaus gebracht. Distance, not safe, not anymore. Ey, es ist ja nirgendswo safe. Ich glaube, das ist die Message von diesem Spiel. Ja. How long was I out for? Quite a while. Okay, alles klar. Mr. P is waiting for us on the roof. Okay. Okay, wir brauchen hier eine blaue Karte. Aber man braucht nicht immer alle Hindernisse. Aber die blaue Karte führt auf jeden Fall zu dem... Wir brauchen was orangenes. Okay. Na, dann suchen wir mal. Ah, ich habe die orangenen Karte schon. Ja. Ich habe sie. Was ist denn dieses goldene, was hier rumliegt? Das ist ein Patron. Mhm. Patron für die Waffe. So. Okay, hier brauchen wir rot. Ich habe einen... Ah, hier ist blau. Ich habe blau. Ich habe blau auf jeden Fall. Ich habe einen gelben Schlüssel, falls du den irgendwie dann mal brauchen solltest. Ja, gelb brauche ich glaube ich noch nicht. Oh nein, Piggy ist hier. Oh, hast du die blaue Karte? Ja. Also da ist jetzt auf, aber Piggy ist gerade hier. Aber was ist da drinne? Wir haben da einmal Deospray oder so oder Wasser und den lila Schlüssel. Ja, und den lila Schlüssel. Ich suche erstmal weiter nach weiteren Hinweisen. Ach, ich glaube das ist hier für diese Gefäße. Da kannst du auch was reinpacken. Ja, hier das brauchen wir hier für das Gefäß hier. Was ist das von hier drin? Ja, nicht den Schlüssel, sondern das andere. Ja, habe ich. Hast du das genommen? Ja. Okay, komm mit. Versuch das mal hier reinzupacken. Ich weiß nicht, ob es die richtige Farbe ist, aber versuch es mal. Ja. Okay. Okay, ich habe jetzt grün mitgenommen. Grün muss wahrscheinlich irgendwo anders rein, aber ich weiß nicht wo. Piggy wartet da, aber... Achso, ich habe hier nur wieder diese blaue Karte, die brauche ich ja nicht. Ja, ja, genau. Aber die brauchen wir gerade nicht. Hier sind Patronen, damit kann man Piggy glaube ich 20 Sekunden außer Gefecht setzen. Okay. Okay, jetzt ist sie hinter mir her. Oh nee. Hm, das ist ja verschlafen. Ja. Ja, ich hing da gerade an dem Bett fest. Mist. Du schaffst das, Karl. Ich glaube an dich. Du kannst auch bei Play und dann kannst du mich auch beobachten, oder? Ja, ich suche gerade schon. Ja. Ich glaube, ich muss mal nach oben. Da ist Piggy. Da ist Piggy. Ja, gelbe und lila Schlüssel sind hier unten. Okay. Ich gehe jetzt mal nach oben. Guck mal, was ich hier machen kann. Hier haben wir einen Hammer. Den werden wir später vielleicht auch noch brauchen. Ja, mit Sicherheit. Da war doch was Grünes. Ja, aber nicht die Dings. Achso, diese Ampulle da. Das ist falsch. Das bringt nichts. Rot. Grün. Brauchten wir irgendwo die grüne Karte eben? Also ich habe es nicht gesehen. Doch hier. Ja, da. Okay, was ist hier? Da ist noch eine Ampulle. Die kannst du mitnehmen. Okay. Und dann kannst du sie vielleicht für das lilafarbene da nehmen. Ja. Ja. Okay, aber wozu braucht man das, frage ich mich jetzt. Keine Ahnung. Hier ist jetzt, kann ich auch beide mitnehmen oder nur eins? Du kannst immer nur eins mitnehmen. Ja. Das ist so ein bisschen sowas, das stört mich manchmal an Roblox, dass dir nicht, also wenn du das Spiel neu anfängst, wird dir einfach nichts erklärt. Ja, leider. Nein, 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 nein. Oh, sie hat mich gleich. Das war knapp. Muss ich denn lagen? Das Gefühl, ich bin... Nein, 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 nein. Oh. Karn, was ist so spannend? Ja, aber... Also ich sage es nur so, als Piggy bist du so langsam, dass wenn du normal wegsannst, du kein Hindernis hast. Du musst halt auf den Fehler der anderen hoffen. Ja. Warte, hier ist rot. Da unten war doch eine rote Karte, glaube ich. Ja, hier in der Ecke ist eine. Aber da ist auch eine Falle. Okay, schnell mitnehmen. Jetzt nach oben. Weil man braucht auch nicht immer alle Hindernisse, also Hindernisse, Hinweise. Welche ist jetzt? Okay. Hier brauchen wir den Hammer von unten, glaube ich, nochmal. War der unten? Ja, der unten. Ich glaube, der war irgendwo unten. Was haben wir hier? Ich glaube, hier kann ich entkommen. Hier ist ein Holzbrett. Guck mal, ob du da vielleicht irgendwo einfach eins findest. Ach so, das ist jetzt von hier. Kann ich hier hin. Ich versuche es jetzt. Ich versuche nochmal den Hammer zu finden. Weil der hier unten irgendwo. Nein, das ist die Patrone. Wenn ich nochmal... Ah, hier ist das Holzbrett. Das ist Holzbrett. Ich versuche es damit. Vielleicht komme ich damit raus. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Orientierung hier gerade. Ah, hier. Nicht hier. Ich brauche den Hammer immer noch trotzdem. Ah, das ist wieder Piki. Aber jetzt ist sie hinter mir her. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, man macht das so alleine. Ja, gerade wenn du jetzt noch da wärst, dann hätten wir das zu zweit machen können. Aber gerade habe ich das Gefühl, ich mache das alles alleine. Ich glaube, er hat den Hammer. Oh, ich habe nur noch vier Minuten Zeit. Hier ist auch nur ein Schlüssel. Wenn du den Hammer irgendwo sehen solltest, sag Bescheid. Ja, klar. Aktuell sind wir ja noch im gleichen Thema. Ja, ja. Also nicht, dass den halt jemand hat und gerade nicht weiß. Ja, ich glaube. Ich glaube, er hat... Vielleicht hat er ja auch oben... Vielleicht hat er oben auch schon aufgemacht, weil ich sehe ihn hier unten gerade. Dann gehe ich mal nach oben. Ich glaube, das war über Rot, ne? Hast du den Hammer? Komm mit. Oh ja, aber sie ist da. Oder er. Ja, sie weiß wahrscheinlich, dass wir da vorbei müssen. Weil sie kommt da nicht raus. Und sitzt jetzt... Oh Gott, oh Gott, sie hat mich. Sie hat mich. Ja, ärgerlich. So kurz vor Schluss. Ich glaube, er hat aber den Hammer. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt, warte mal, ob er noch was macht. Wenn man das Inventar sehen könnte, wäre es besser. Aber ich glaube, er hat den Hammer. Weil er geht jetzt in diese Richtung. Er muss den Hammer haben. Oh, er spielt die ganze Zeit mit. Ja, das hat er bei mir auch gemacht. Na ja, gut. Wir starten in eine letzte Runde, würde ich sagen. Mhm. So, ich würde es eigentlich ganz gerne nochmal mit Chapter 6 versuchen. Nochmal im Krankenhaus. Warum? Ja, weil wir da schon... Ich möchte da einen kommen. Oder wir spielen Chapter... Ja, okay, Chapter 8 ist das sowieso. Der Zirkus. Aber vielleicht bin ich ja Piggy diesmal. Oh! Again! Again! Dania ist es! Das kleine Schweinchen! Pass. Kennst du so... So Teacup-Schweinchen? So Mühlschweinchen? Ja, ja, ja. Finde ich cool. Finde das sind tolle Tiere. Was ist denn das hier? Okay, wir brauchen auf jeden Fall... Was ist das? Ja! Dania, kannst du mich nicht in Ruhe lassen? Nein! Ich verstehe aber gerade nicht... Wo ist denn der Schlüssel dafür? Ah, da. Okay. Ist das ein anderer? Warum habe ich den freigelassen? Ja, hier ist irgend so ein Monster. Das ist so freigelassen. Finde ich gut. Aber hilft dir das? Das liegt da rum und zählt halt. Keine Ahnung. Nicht wirklich. Kann ich hier mit der Achterbahn eigentlich entkommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! So, Khan! Wo bist du? Wo bist du? Habe ich eigentlich nur gewonnen, wenn ich alle erwischt habe? Ja, wahrscheinlich, ne? Ich glaube, ich gehe mal davon aus. Ich gehe mal davon aus. Das gibt es jetzt nicht. Das gibt es jetzt nicht! Das war knapp. Da habe ich extra reinpasstiert, ey. Aber das Monster kommt hier auch nicht raus. Nee. Achso, ich glaube, das Monster bewacht den roten Schlüssel. Jetzt habe ich es gesehen. Kannst mich ruhig in Ruhe lassen. Ach, nö. Weißt du, das Ding ist, die Alternative wäre, diesen anderen Typen zu jagen und da habe ich keine Lust mehr drauf. Yes! Nein! Ja gut, dann versuche ich jetzt aber, die anderen noch zu erwischen, bitte dann ja. Natürlich versuche ich das. Ich höre jetzt nicht einfach auf. So. Es sind noch drei Leute. Oh, ich glaube, sie werden entkommen. Der hat das Holzbrett jetzt hier. Okay, jetzt geschafft auf jeden Fall. Der ist gut. Der versteht Chapter 8. Nicht so wie ich. Ich verstehe Chapter 8 auch nicht. Ich weiß nicht, wie wir plötzlich von dem Krankenhaus hier auf diesen Platz gekommen sind. Ich weiß es nicht. Boah, dieser Dude. Dieser Dude. Er nervt dich, ne? Er nervt. Also es ist halt einfach anstrengend, weil er... Es scheint mir, als hätte er einfach keine Lust. Und es ist halt fairerweise auch echt ein bisschen... frustrierend, wenn die so vor dir wegrennen und du kannst halt null aufholen, weil du auch noch langsamer bist. Also nicht mal gleich schnell, sondern einfach langsamer. Ja. Kann ich mir vorstellen. Klar, für die Leute, die gerade nicht... Oder für die Leute, die halt gerade nicht picky sind, ist das natürlich sehr praktisch. Aber für mich ist das... Ja. Kann ich verstehen, Danja. Kann ich verstehen. Danke. Danke für dein Verständnis. Das macht mich sehr gut. Kann ich verstehen. Oh no, es ist jetzt... Kann ich hier entkommen? Ich glaube, die hat was anderes jetzt eingesammelt. Aber du hast die erwischt. Na, das war gut. Das war wirklich gut, Danja. Das war sie. Ich muss dir sagen, also Frust. Zwei Personen sind noch da. Der eine hat auf jeden Fall eine Waffe mit Patronen, sag ich dir jetzt schon. Mhm. Nett von dir. Das heißt, er kann dich 20 Sekunden aus der Gefecht setzen. Ja. Ja, nee, eben. Ist nett von dir, dass du mir das sagst. Müsstest du ja nicht. Oh mein Gott, ich hab diesen nervigen Du jetzt endlich mal erwischt. Ey, ich sass dir das wohl vielleicht auch auf Zeit. Läuft noch irgendwo ein Mädchen rum oder zumindest... Es sind sogar mehrere. Es ist wieder jemand nach. Die joinen ja auch nach. Ja. Es sind jetzt insgesamt wieder drei Leute da. Ich glaube, es wird schwierig. Also ich glaube, sie werden nicht entkommen können. Nee, entkommen nicht mehr. Aber sie hätten ja von mir zumindest weglaufen können. Okay, Leute, die Runde ist gleich zu Ende. Ich sag schon mal Tschüss. Wir hoffen, ihr hattet Spaß hier bei Piggy. Das erste Mal haben wir gemeinsam gezockt. Ich fand es schon diesmal ein bisschen besser als das erste Mal, wo ich Piggy gezockt habe. Ich glaube, zu zweit ist das auch lustiger. Ja, man versteht das auch ein bisschen besser irgendwie mit Zeit. Richtig. Von Zeit zu Zeit. Naja, Leute, wenn ihr Spaß hattet, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Unbedingt. Und wir gucken uns jetzt die letzten 25 Sekunden an. Hast du jetzt noch gewartet? Ja. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und das war's, Leute. Game Over. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Hey, Leute. Herzlich willkommen. Kurze Info für euch. Ja, das wird heute mal wieder ein Prank an Danja. Und zwar möchte ich ihr erzählen, dass Piggy jetzt auch in Mad City ist. Ja, Piggy ist jetzt fast in jedem Spiel, auch bei Mad City. Und ich werde das ganze Video über so tun, als wäre Piggy in Mad City. Und wenn man Piggy sozusagen, wenn Piggy einen erwischt, dann ist der ganze Spielstand weg bei Mad City. Man muss von vorne anfangen. Ja gut, bei Danja macht das kein Problem. Aber wir werden mal gucken, wie sie reagiert und wie das Video so laufen wird. Ich hoffe, es funktioniert. Oder vielleicht ist es ihr auch egal. Aber mal schauen. Hey, Leute. Was geht? Kann ihr mit? Danja. Hallöchen, Danja. Na, alles klar? Ja, bei dir auch. Ja, alles gut. Also eigentlich nicht. Wir sind schon wieder im Knast. Ja, aber wir haben heute eine wirklich wichtige Mission. Ich habe dich schon informiert. Und zwar gibt es momentan das Gerücht, und ich habe es auch schon in ein, zwei Videos gesehen, dass Piggy in Mad City angekommen ist. Das Problem bei Piggy ist, dass sie deinen ganzen Spielstand und dein ganzes Geld löschen wird. Echt jetzt? Aber ist das dann so ein Bug? Ich weiß nicht, ob es ein Virus oder so ist. Aber es scheint irgendwie in Mad City jetzt auch Piggy zu geben. Und ich möchte mich auf die Suche mit dir machen, weil man kann wohl Piggy auch ausschalten. Okay? Aber du musst trotzdem vorsichtig sein und auf das hören, was ich dir sage. Ist das in Ordnung? Ich muss auf das hören, was du mir sagst? Ja. Das ist schon alleine eine Challenge. Ja, deswegen. Aber da musst du bitte drauf hören, okay? Ich gebe mir Mühe, ja. Okay, und das werden wir heute. Wir müssen jetzt erstmal versuchen, natürlich hier zu entkommen, wieder bei Mad City. Wir sind mal wieder im Knast. Ja. Und dann suchen wir mal einen Police Officer, der sich ausräumen lässt. Ja, ich... Wir treffen uns vor dem Gefängnis, okay? Mhm. Jeder muss hier seinen eigenen Weg rausfinden. Okay. Guck mal, ob ich hier fülle nochmal. Okay. Hier schießt irgendjemand auf mich. Warum schießt denn du auf mich? Das würde ich aber auch machen, bin ich ganz ehrlich. Warum? Ich darf doch gerade raus. Einfach, weil du Danja bist. Okay. Das war nicht so nett. Ich finde schon. Ich habe dir da nichts getan, auch auf mich zu schießen. Um Gottes Willen. Hier läuft mir jemand nachher und will mich die ganze Zeit erschießen. Kannst du mal bitte... Ja, hier, da draußen. Also hier läuft mir nicht mehr nachher. Das ist gut. Das ist gut. Wir müssen hier erst mal raus, Leute. Hier brauchte ich einen Löffel. Hast du zufällig einen Löffel? Ich habe... Nein, ich habe einen Hammer. Wenn du willst, komm mit. Dann können wir in... Komm. Komm mal in die Cafeteria. Weil wir können aus der Toilette raus. Ich habe einen Hammer. Und da können wir dann raus. Ich würde sagen, wir fahren auch erst zur Basis. Ich habe auch den... Ich weiß... Ich kenne auch den Punkt, wo Piggy sein soll. Also ist Piggy immer an der gleichen Stelle, oder? Ja, also irgendwo im Umfeld auf jeden Fall. Aber wie gesagt, du musst vorsichtig sein. Ja, ich will ja nicht, dass mein Spielstand gelöscht wird. Ja, zumindest... Also das Geld schon eher, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie viel Geld du hast. Ach, nur das Geld. Also auch das Geld. Auch das Geld, ja. Gut, zu viel ist das bei mir nicht. Hallo. So. So, ich mache jetzt... Mach es kaputt. Ich mache die Toilette kaputt. Hä? Warum komme ich denn nicht raus? Das ist ja komisch. Du musst eh drücken. Ja, mache ich ja. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Ich komme hier nicht raus. Super. Das klingt ja schon mal super hier an. Wahrscheinlich ist das... Es kann auch sein, dass dadurch ein paar Sachen nicht mehr funktionieren bei Mad City, ne? Natürlich auch ein Problem. In Piggy? Mhm. Meinst du, Piggy hat die Toilette kaputt gemacht? Nein, ich meine gewisse Sachen hier. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Und ich habe keine Ahnung, wie. Ja, vor allem nicht. Also ich habe ein Seil. Ah, ich habe auch ein Seil. Ich glaube, kann man da nicht aus der Cafeteria... Warte, warte. Du musst in die Cafeteria? Ja. Und dann unter so einen Schacht? Mhm. So eine Abzugs-Dunsthaube oder so. Keine Ahnung. Da, wo dieses X platziert ist. Okay. Und da kannst du... Nein! Oh, ich bin so blöd. Jetzt ist mein Seil weg. Was machst du? Ja, weil ich dir helfen wollte. Ich war doch noch gar nicht da. Ja, aber ich musste dir... Warum wolltest du mir denn helfen? Ich bin so blöd. Ach, Mann. Ich bin so blöd. Jetzt musst du das einmal kurz machen. So, okay, danke. Geh hoch. Ja, ich will ja. Aber irgendwie klettere ich jetzt. Ups. Ich bin runtergefallen. Ey. Das ist jetzt unruhig. Ach, Tanja. Aber ich habe noch Dynamit. Okay, ich bin jetzt erst mal draußen. Ich würde sagen, ich fahre zur Basis. Wir treffen uns bei der Basis. Mhm. Okay? Das Ding ist, ich habe Dynamit, aber ich weiß gar nicht, wo ich mit dem Dynamit rauskomme. Ich habe auch Toilettenpapier, aber ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Hier zumindest nicht. Ansonsten ist das sehr, sehr wertvoll, muss man ja sagen, ne? Also, ich meine, ich meine, Piggy ist da hinten beim Leuchtturm. Du, ich lasse hier gerade die Wand explodieren, okay? Ja, mach das. Wir treffen uns bei der Zentrale. Wir müssen, glaube ich, zum Leuchtturm, meine ich. So, also, ich bin gerade entkommen. Wo bist du denn? Ich fahre jetzt Richtung Basis. Da muss ich mich ein bisschen mit, äh, vor der Zentrale geht es aber ganz gut ab, sage ich dir. Auf jeden Fall. Also, hier ist wieder ganz viel Polizei unterwegs. Und das gefällt mir gar nicht. Muss ich ganz ehrlich gestehen. So, okay, ich hole mir jetzt meine Sachen. Okay, ich bin soweit. Ich würde aber vorher ganz gerne noch vielleicht den einen oder anderen Laden ausrauben. Mit Danja zusammen. Damit du das Geld dann verlieren kannst. Ja, wobei, vielleicht sollten wir uns erst auf die Suche stimmt nach Piggy machen. Ja. Wo bleibst du, Danja? Los! Ja, ich bin unterwegs. Passt halt davon, wenn du einfach ohne mich überall hingurkst. Guck mal, hier ist irgendwie so ein Hafen, so ein Frachthafen. Ja, du musst jetzt, oh, wo bist du denn? Ich komme jetzt raus. Bei dem Riesenrad, finde ich. Hier, du musst hier vorne hin. Hallo, wo der Zaun ist. Och, Danja! Ja, ich bin doch schon unterwegs, oh Gott, aber ich kann doch nicht mehr machen, als mich beeilen. Irgendjemand schießt da. Warum schießt? Warum, mich zu schießen? Was soll denn das? Ah! Oh Gott, das will immer diese Helden. Ah, ei, ei, ei. Ist ein Held hier unterwegs? Ja, der hat gerade die ganze Zeit auf dich geschossen, hast du das nicht mitbekommen? Nö. Kann man ja mal übersehen. Hab ich nicht mitbekommen, sorry. Ich bin immer noch auf, äh, Piggy heute konzentriert. Es kann halt auch sein, dass Piggy vielleicht ein neuer Bösewicht hier ist, aber ich glaube nicht, weil das Spiel soll dann auch ein bisschen, also es kann ja nicht sein, dass ein Bösewicht komplett dir dein Geld auch wegnimmt. Genau. Mach dich bereit, hol dir deine Kleidung, hol dir vielleicht auch ein bisschen, hast du genügend Geld, um vielleicht eine Weste zu kaufen? Nö. Brauche ich nicht. Vollkommen unnötig. Jetzt beeil dich. Ja, ey, oh Gott. Ey, das ist ja, du bist hier nicht auf einer Shopping-Tour, du bist hier bei Shopping-Queen. Okay, bist du soweit? Ich denke schon, ja. Okay, dann komm mal mit. Äh, wir fahren jetzt erstmal Richtung Leuchtturm. Und da ist dann Piggy? Nein, noch nicht ganz, ähm, sondern man löst damit was aus, aber ich zeig's dir gleich. So, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt einmal Richtung Leuchtturm fahren. Na, fahr mal los. Also, das ist, es wurde mir erzählt, das ist so eine Art Easter Egg mäßig. Also, du musst ein, zwei Sachen aktivieren, damit Piggy erscheint. Und dann ist es ein Endboss, oder? Ja, so in der Art, so in der Art. Achso, das hätte ich noch gar nicht gesagt. Der Vorteil daran ist, falls man Piggy besiegen sollte, dann gibt's natürlich auch ein bisschen Cash, ne? Okay, einmal aussteigen. Hast du das schon mal getestet oder? Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab mir so ein Video angeguckt, da hat das einer getestet. Oder eine, ich bin mir grad nicht mehr sicher. Ja, warte, warte, du brauchst nicht da hinschwimmen. Hast du ein Boot? Ich kann auch ein Boot spawnen lassen. Okay, 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 okay. Soll ich vorgehen oder willst du? Gutsch, wir sind doch hier mutig, oder? Ich komm hier nur, hey, ich komm hier gar nicht hoch. Ja, super. So, okay. Ja, 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 warte, 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 warte. Was denn? Da vorne, da vorne, siehst du's? Siehst du's? Da, 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 los! Wo bist du? Hä? Nein, da ist doch gar nix. Du stehst da auf dem Felsen. Ja, aber hinter dem Leuchtturm, siehst du das nicht? Ich denk, du musst ja noch irgendwas aktivieren. Guck, ich bin, äh, ich bin jetzt auf, äh, ich bin schon direkt auf 10 jetzt. Guck, ich krieg auch, ich krieg auch ne, äh, ich hab irgendeine Belohnung bekommen. Du kommst doch auch gar nicht dahinter, also komm wir gar nicht, hä, wo bist denn du? Okay, das war echt spannend. Okay, du, du hast es nicht gesehen, ne? Nein. Okay, ist egal, ich hab's aktiviert. Komm, wir fahren jetzt. Was, und was war da jetzt? Hast du das nicht gesehen? Nein, was hätte ich denn erzählen sollen? Ich hab dich gesehen, wie du auf diesem Stein standest und nicht weitergekommen bist. Man konnte halt so einen Schatten von Piggy sehen und darauf musste man halt schießen. Äh, okay. Okay, gut, komm mal mit. Aber wenn ich das jetzt nicht gesehen hab, warum... Ich weiß nicht, ob du überhaupt, äh, das war hinter dem Leuchtturm. Warst du überhaupt hinter dem Leuchtturm? Na, kommt nicht hinter dem Leuchtturm. Ja, aber hast du es gesehen hinter dem Leuchtturm, das meine ich. Nein, ich hab nichts gesehen. Ja, da war es doch. Man kommt da aber nicht dahinter. Ja, man kommt da auch nicht hinter, aber man kann es sehen. Nein. Und man kann es abschießen. Ich hab's doch gerade gemacht. Ich hab's doch gerade gemacht. Also was ist dein Problem? Er pifft mich doch, du hast einfach irgendwo in die Luft geschossen. Jetzt komm mit. Ich zeig's dir jetzt. So. Ich meine, jetzt müssen wir einmal kurz zum Schiff. Okay, okay, okay. Ich, äh, parke hier vorne. Alles klar. Kommst du mit? Ich bin da unten sicher. Komm einfach mit. Wir müssen vorsichtig sein. Es können natürlich immer noch Helden hier auch sein, ne? So, wir müssen jetzt einmal diese Quest hier machen. Die, äh, Schiff-Quest. Dass wir hier ein bisschen Geld bekommen. Huch! Was war denn jetzt? Hä, was ist denn los? Ich verstehe nicht. Hä? Oh, ich glaube, das, das, das Schiff fährt. Ja, okay. Guck, guck, siehst du, siehst du, genau das meinte ich. Was meintest du? Hä, was passiert denn jetzt? Ich verstehe es nicht. Ja, da hat ja jemand die Quest wahrscheinlich schon gelöst. Vielleicht macht er auch gerade dieses Piggy-Easter-Eck. Achso. Okay. Guck mal, weil... Aber jetzt hänge ich doch hier in der Wand. Ja, ich auch, ich auch. Genau das ist es. Das meine ich halt. Und jetzt gleich muss irgendwann Piggy kommen. Weil du kannst dich nicht bewegen, ne, wirklich? Ich auch nicht. Nee. Hä? Ups, jetzt bin ich im Wasser gefallen. Oh, oh, ja. Ich bin noch auf dem Schiff. Ich bin noch auf dem Schiff. Okay. Ich bin auch raus. Ich wurde rausgekickt. Oh mein Gott. Ich habe gar kein Geld mehr. Ich habe mein Boot gespawnt. Ich habe kein Geld mehr. Wie sieht es bei dir aus? Ja, geht. Also ich habe jetzt auch nicht super viel. Nein, aber hast du jetzt... Boah, Daniela, du verstehst meine... Achso, nee, ich habe nichts verloren. Nee, ich habe nichts verloren. Ich habe alles verloren. Echt jetzt? Ja. Wie hattest du denn vorher? Ich hatte knapp 40.000. Echt jetzt? Und jetzt? Ich habe null. Und ich bin wieder auf Rank 1. Wo bist denn du? Hier vorne. Ich fangen wir dich ein. Achso, das ist auch gut. Ich habe auch ein Boot. Keine Sorge. Ja, also hast du es jetzt nicht geschafft, oder was? Nein. Hä? Doch, doch, doch. Du hast es doch jetzt schon nicht geschafft und das Boot ist noch weg? Ja, ja. Du veräppelst mich, du veräppelst mich. Ich glaub dir das nicht. Okay. Ich habe keinen Piggy gesehen. Ich habe kein Geld verloren. Da war kein Schatten. Du hast auf irgendwas geschossen. Also entweder hast du Wahnvorstellungen. Da, da. Hier, hier ist sie. Hier ist sie. Komm, komm, komm. Hier. Kahn. Komm, komm hier hin. Hinter dem Haus. Kahn, ich sehe dich. Ja, hier ist sie doch. Hier. Kahn. Ja, hier, komm doch hier hin bist du. Guck, hier ist sie. Hier ist Piggy. Nein, hier, guck doch mal zur Tür. Guck doch mal zur Tür. Da ist kein Piggy. Nein. Du bist Piggy. Ich meine zu deiner. Du bist der Bug in dem Spiel. Ich meine zu deiner Tür. Ich meine zu deiner Tür. Im Studio. Nimm mal die Kamera mit, bitte. Warum? Und guck mal, bitte. Nimm die Kamera mit und guck jetzt aus deinem Studio. Ja, was bringt mir das denn jetzt? Stehst du da oder was? Ja, wie soll ich da stehen, wenn ich hier mit dir rede? Wie soll das gehen? Das weiß ich dann nicht. Ja. Guck es dir einfach nur an. Ja, ist dann nichts. Ja, ist gruselig. Jetzt, jetzt, guck jetzt. Du hast gedacht, ich laufe jetzt in den Spiegel, ne? Ne, jetzt, äh, guck mal unter das, äh, unter die Couch. Ach, Gott, du nervst. Du nervst. Guck mal unter die. Da ist nichts. Und jetzt hinter die Gardine mal kurz. Oh mein Gott, da ist auch nichts und niemand. Oh, du anstrengender Mensch. War das jetzt schon wieder ein Prank von dir? Oh ja. Oh ja. War das nötig? Oh ja. War das nötig? Und die anderen wussten auch schon alle Bescheid. Also, ich finde, du hast das aber auch richtig schlecht heute gemacht, ne? Du hast dich nicht an das gehalten, was ich gesagt habe. Weil wir waren auf der Suche nach Piggy und du hast es nicht geschafft. Nein, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Warte mal. Was ging dir der Vormacher? Gab es denn zumindestens einen Punkt heute? Einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja, ich werde Piggy sehen? Ja, am Anfang. Am Anfang, als mir das gesagt hat. Danach habe ich mir nur noch gedacht, was erzählt er da eigentlich für Quatsch? Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Leute, natürlich gibt es in Mad City kein Piggy. Noch kein Piggy. Ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Ne, vor allem nicht in dem Rahmen. Ich glaube, dann würde ich niemand mehr spielen, wenn alle ihr Geld verlieren könnten. Oder? Ich glaube auch. Ich werde gerade angegriffen. Aber Leute, das war es hier heute mit dem Prank an Danja. Danke. Vielen Dank, es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Mir auch. Aber jetzt mal ehrlich, hattest du ein bisschen Angst, wo du aus deinem Studio rausgegangen bist? Na, ich dachte, entweder schlägst du da jetzt oder du hast die Maske hingelegt oder du wolltest halt, dass ich in den Spiegel gucke und dann sagst du, da ist Piggy. Aber. Leute, das war es hier heute mit dem heutigen Mad City Video. Wenn ihr Spaß hattet, dann gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und Danja, wer weiß, vielleicht wird dich Piggy in einem anderen Spieljahr erwischen. Wer weiß. Ciao. Ciao. Oh Gott. Oh Gott, das ist irgendwie so erschrocken. Stimmt. Stimmt. Stimmt auffallen. Hey Leute. Was geht? Danja hier mit. Karn Hallöchen. Hallöchen, alles klar? Ja, und bei dir? Bist du fit? Ja, bei mir auch. Bei mir auch. Wir spielen heute wieder Piggy und zwar das neue Kapitel, Chapter 11. Ja, aber ich glaube momentan, ich glaube, wir spielen gerade gar nicht Chapter 11. Nicht? Ich glaube nicht. Oh, wurde für was anderes gewartet? Ich glaube schon. Schauen wir uns, wir müssen ja auch erstmal wieder reinkommen bei Piggy. Also, wir werden heute definitiv noch Chapter 11 spielen, aber wir sind jetzt hier bei Chapter 7, glaube ich. Hätte ich, glaube ich, aber auch noch nicht. Doch, das ist die Metro-Station. Waren wir da schon? Ja, ich war hier auf jeden Fall schon mal. Ich weiß nicht, ob du schon hier warst. Ich glaube nicht. Ja, schauen wir mal. Okay. Trotzdem, Danja, müssen wir hier wieder einen Weg rausfinden. Richtig. Ich habe schon mal eine Armbrust. Hier liegt ein lila Schlüssel. Sehr gut. Also, ich habe einen grünen Schlüssel auf jeden Fall irgendwo. Also, hier ist das grüne Schlüssel. Und ich habe auch den gelben Schlüssel. Der gelbe Schlüssel liegt auch da hinten. Ich mache jetzt erstmal hier. Perfekt. Was ist hier drin? Jetzt Piggy wach. Hier ist hier nichts drin. Okay. Alles klar. Also, Piggy ist jetzt wach. Bei Chapter 7. Hast du ein gelbes Schloss? Irgendwo? Mit hier liegt ein gelber Schlüssel? Ja, nimm den erstmal mit. Ich habe gerade noch eine Armbrust. Weißt du? Ja, okay. Warte, dann nehme ich den mit. Dann nehme ich den mit. Jetzt hat gerade jemand den gelben genommen. Und den für den orangenen ausgetan. Hier ist auf jeden Fall blau. Ich gucke mal unten, ob orange irgendwas ist. Ja. Lass dich bloß nicht erwischen. Ich bin mir... Ich werde ihn von Piggy erwischt. Hier ist ein Hammer auf jeden Fall. Was ist hier? Hier ist nichts. Hier ist rot, glaube ich. Oder? Habe ich doch schon gerade erlebt müssen. Oh! Hier ist Piggy. Oh Gott, wo bist du denn? Unten, unten gerade. Okay, dann bleibe ich lieber mal hier oben. Aber sie ist auf dem Weg nach oben, ne? Nur, dass du Bescheid weißt. Okay. Oh Mann. Hast du einen türkisen Schlüssel? Nein, ne? Ne, so gut ich auch die ganze Zeit. Ein weißer wäre auch... Da ist Piggy. Ich habe eine Kamera. Sie ist wirklich krank. Ich muss wirklich helfen, sie zu helfen. In jedem Fall, wie ich kann, Herr Piggy. Oh Gott, der ist Piggy. Ja. Oh Gott, der ist Piggy. Aber wie kommen wir denn... Hi, ich habe einen Hammer. Ja, komm mit, komm mit, komm mit. Ich kann dir sagen, wo der Hammer eingesetzt werden muss. Hier, hier an der Tür musst du den Hammer einsetzen. Perfekt. Hier haben wir jetzt... Ah, guck mal, hier ist ein türkisches Schloss auf. Der türkische Schlüssel, ja. Den nehmen wir mit. Früher hat man die Karotte. Die hat er gerade mitgenommen. Ich glaube nicht. Ne, die... Oh Gott. Oh Gott, der ist so erstrocken. Okay, okay. Schloss ist auf, ist auf, ist auf. Der türkis ist auf. Okay, kommt man da weiter? Ja. Hier, könnte man nochmal einen Hammer gebrauchen. Hast du den Hammer noch? Nein, 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 nein. Oh nein. Weißt du, hast du den Hammer noch? Nein. Ich hatte den türkischen Schlüssel dann mitgenommen. Der Hammer ist nicht unten. Ja, okay, okay. Ich habe den Hammer. Sorry. Alles gut, alles gut. Kann ich dir zugucken? Ich denke schon, ja, ja. Wenn du auf Play drückst, dann... Ja, kann ich. Oh Gott. Ich habe mich so erschrocken gerade. Das kann ich mir vorstellen. Ich bin gerade richtig hochgeblüfft aus dem Stuhl. Okay, welchen Schlüssel brauchen wir dafür? Den, ja, nimm den mal mit. Nein, ich weiß nicht, ob wir dafür einen weißen Schlüssel brauchen. Wahrscheinlich. Okay, ich muss jetzt erstmal nochmal... Guck mal kurz, wo Piggy ist, damit du siehst unten in einem Raum mit Sitzplätzen. Und so ein Warteraum ist hier. Leute, wie kommen wir denn hier raus? Wo sind denn die ganzen anderen? Das ist komisch. Ich komme hier nicht... Warum kommen wir hier nicht weiter? Hier brauchen wir eine Zange oder so. Wir müssen wahrscheinlich den Zug erwischen, ne? Damit wir in den Zug steigen, damit wir irgendwie... Ich kriege hier zu viel, ehrlich. Da kommt Piggy. Nein, nicht wieder hoch. Nicht wieder hoch. Ach da. Ich verstehe es nicht. Warum kommen wir denn hier nicht raus? Kapitel 7 ist... Ich check es nicht. Piggy hat auch eine Falle irgendwo aufgestellt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, das brauchen wir. Da habe ich halt schon mal Geld reingeschmissen. Und hat es was gebracht? Ja doch, wir brauchen die Karte. Doch, hier ist er jetzt aber... Nein, da muss ja diese Karte rauskommen. Aber bei mir war dann das Geld weg. Ja. Und es kam nichts raus. Okay, Piggy hat... Geh mal in den Raum dahinter. Also, in die andere Richtung. Hier. Da hatte ich halt das Geld letztes Mal gesehen. Ne, das Geld liegt jetzt direkt neben dem Automaten. Wir brauchen halt das Geld... Ach, das liegt daneben. Ja, und wir brauchen das Geld, um hier reinzukommen. Ja, richtig. Und ich hatte das Geld vorne und das lag da, in dem Raum. Und... Ich habe es dann auch da reingeschmissen, aber bei mir kam nichts raus. Ja, aber guck mal, Piggy ist auch da drauf, sodass man da gar nicht... Ach, da liegt das Geld. Ach ne, da liegt nicht das Geld, da liegt ein Schlüssel, oder? Ach man. Ich komme auch gar nicht da ran. Ja, ja, war klar. Da kommt man nicht ran. Das ist aber auch der Hammer und nicht das Geld, was da liegt. Ach, ja, da lag erst das Geld und dann war es auf einmal... Ach, zu viel. Gut, wir starten in die nächste Runde. Hoffentlich dann Kapitel 11. So, wir sind jetzt tatsächlich mal... Wobei, Kapitel 10 war auch cool gewesen in der Mall. Können wir dann... Ach, okay, wir gucken... Das haben wir ja auch noch nicht gespielt. Mal gucken, wer jetzt überhaupt Piggy ist. Bin auch gespannt. Echt? Oh! Ich habe gerade gesagt, vielleicht bist du es ja. Ja, ich glaube, ich war bisher noch gar nicht Piggy, deswegen... Nee, mach's da nicht. ...freut mich, aber ich werde euch die Chance lassen. Ach, du willst uns die Chance lassen? Ja, zu entkommen. Ja, natürlich. Das ist so ein Außenposten, ne? Ja, das ist so ein gruseliges Spiel. Ja, na gut. Ein Gelling Bad Fegens. So, vielleicht lasse ich euch auch nicht entkommen. Nicht zu müssen, nicht zu entkommen. Jetzt bist du aufgewacht. Moin. Kahn kommt. Oh Gott. Der gruseligste Satz, den man sagen kann. Och nee, Kahn. Komm, ich lasse dich ein bisschen in Ruhe, sonst wird es ja zu langweilig. Komm, ich kümmere mich um die anderen Spieler. Ja, ich würde gerne ein bisschen weiterkommen erst mal. Der Winneka Rutsche, aber wo möchte ich sie denn jetzt herbekommen? Hm. Hier sind halt auch so ganz viele Bots, die dir, glaube ich, helfen. Ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. So eine Person habe ich auf jeden Fall erwischt. Oh, ich finde nichts. Also ich muss sagen, hier finde ich gerade gar nichts. Liegt irgendwie gar nichts von. Zumindest so für meine Gefühle. Hier oben ist auf jeden Fall ein blauer Schlüssel, eine Zange. Ja, ich muss halt irgendwie an diesen ganzen Bots hier vorbei und so. Ich weiß nicht, ob das alles platziert. Ich glaube schon. Wird. Ich bin verwirrt. Gepost, gepost oder was. Hat da jemand eine Waffe vielleicht. Ja, aber die Person sieht auch aus wie Piggy. Deswegen ist das etwas vermöchend. So. Ich glaube, das ist ein Militärstützpunkt sogar. Ja. Bist du vielleicht hier drinne, dann, ja? Nein. Hm. Ich nicht. Nein, 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 nein. Bin ich überhaupt nicht. Das bin ich. Ich kann das bin ich nicht. Nein, du bist nicht so gut. Ich bin so weit. Wir sind sogar Panzer und so. Ich glaube, hier könnt ihr nicht rauskommen. Ich glaube, das wird schwierig. Das ist auch ein schwieriges Level, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt gerade mal einen Schlüssel in sich gefunden. Welchen Schlüssel hast du denn? Den blauen. Ich nehme erst mal den grünen mit. Boah, das ist halt auch so nervig. Du kannst ja immer nur eine Sache mitnehmen. Ja, man muss halt als Team arbeiten, ne? Ja, du bringst ja mein Team um. Verständlicherweise, aber... Ja, stimmt. Ich glaube, du bist jetzt sogar alleine, glaube ich. Danke dafür. Oh Mann. Knöder. Du bist zu langsam, du kriegst mich nicht. Du kannst mich gar nicht kriegen. Oh Mann, jetzt kann das doch mal irgendwas kommen, wo ich reinkriechen kann. Ja. Das kannst du nicht richtig. Nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Erwischt! Nein. Oh, nee. Wie ist hier noch eine... Da unten ist noch eine Person, okay. Ja, dann hol dir die mal. Okay, der ist ziemlich gut dabei. Ja. Ja, man ist wirklich langsam. Oh, jetzt sind hier neue Leute auch. Es sind noch neue Leute. Äh, he, he. Das wird ja immer schwieriger. Ja, du machst das ja aber auch nicht alleine. Dir hilft ja noch jemand. Sorry. Da konnte er nicht mehr vorbei. Oh nein, jetzt hatte der auch noch das, was er gebraucht hat. Oh, ungünstig. Sehr ungünstig. Jetzt sind hier schon zwei neue Personen. Stell dir mal vor, du könntest als Vigi auch noch Sachen klauen. So, immer eine Sache. Das wäre zu fies. Das wäre viel zu fies. Das wäre richtig heftig, ne? Jetzt fehlt nur noch, ich glaube tatsächlich nur noch eine Person. Ja. Oh, ich bin so langsam. Ja, gut. Aber langsam sein ist nicht. Jetzt habe ich wieder einen. Auch sehr langsam. Da ist ja immer noch eine Person. Sogar zwei jetzt. Oh, da kommen immer mehr und mehr. Ich kann ja hier... Wie man hier machen muss? Ja, aber ich, das hat ja nie ein Ende. Aber ich glaube, das gewinnst du eh. Weil? Weil in zweieinhalb Minuten schaffen die das, glaube ich, nicht, den ganzen Raum fertig zu machen. Jetzt musst du mal... Jetzt hast du sie. Gibt es noch eine andere Person? Ja. Ja. Oh, ja, ich sehe sie. Oh, jetzt hat sie sich da durchgeglitscht. Wo ist sie denn? Okay. Da kommst du nicht hin. Was, Peggy? Ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt da reingeglitscht ist und nicht mehr rauskommt. Weil so sieht es nämlich tatsächlich gerade aus. Sie zwischen einer Wand oder was? Nee, aber sie hat sich gerade irgendwie runterfallen lassen und ist jetzt quasi in so einer Grube drin. Ja, sie hat sich, glaube ich, auch zurücksetzen müssen. Game over! Ja, du hast gewonnen! So, vielleicht versuchen wir es jetzt noch mal in Kapitel 10 in der Mall. Das sieht eigentlich ganz interessant aus. Yes. Versuchen wir es mal da. Yes. Die Mall, ja? Ja. Siehst du, das letzte, was wir gespielt haben, war, glaube ich, City, also Chapter... Nein, äh, Karneval. Nee, Karneval. Karneval. Die Leute wollen alle zu Karneval. Oh, ich glaube, wir müssen Kapitel 8 noch mal spielen. Nee. Aber das kennen wir doch. Oh, ich wollte die Mall aber spielen. Gut. Dann spielen wir noch mal Kapitel 8. Welche Kapitel habt ihr schon alle gespielt oder seid ihr schon mit allen durch, Leute? Gerne mal in die Kommentare damit. Seid ihr Piggy-Experten? Und was ist euer Lieblingskapitel bisher? Okay, Traitor. Ah, ich hatte schon beim ersten Mal Probleme hier. Ich finde Kapitel 8 extrem schwierig. Ja, das Problem ist, jetzt ist jemand hier der Verräter, ne? Ja, richtig. Und da gibt's jetzt kein Piggy oder was dafür? Ich glaube nicht anscheinend. Bitte. Ich glaube ja. Ich habe einen gelben Schlüssel. Falls wir damit irgendwo weitermachen können, sag mal Bescheid. Ja. Vor allem das haben wir hier schon... Ah doch, ich hab doch Piggy. Äh, das haben wir hier schon so oft gespielt und bei mir sind es immer noch nicht. Ah. Und das Karneval-Ding ist hier gar nicht mehr so groß. Ach, das ist hier für den Frisor. Achso? Ja. Ja. Was kann ich damit machen? Also, aber das ist kein normaler Hammer. Kein gewöhnlicher. Ich folge dir mal unauffäll. Was ist das denn? Vielleicht ist das für irgendein Spiel hier. Muss mal gucken. Ja. So. Hä? Hä? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Du bist es also, hä? Ja. Stimmt. Stimmt. Auffallend. Hast du gut gespielt? Hast du damit gerechnet? Pan. Pan. Oh Gott. Hi. Oh Gott. Was soll das? Was soll das? Kann ich dir helfen? Hey, hör auf! Hey, hör auf! Oh! Dann ja wurde erwischt! Wieso? Was soll denn denn das? Was soll denn das? Was soll denn das? Hast du davon? Das war mein Kapitel 11 jetzt. Das war Kapitel 12, was ich gerade gemacht habe. Was soll Kapitel 12? Weil du mich veräppelt hast! Du bist so eifelt! Natürlich hab ich dich veräppelt, soll ich dir von Anfang an sagen, ich bin übrigens der Richtigste! Ja, aber dass du dich da hinlockst und sagst, ja, da ist es und alles! Ey, das ist ja auch gebraucht! Das war's! Nö, vorbei! Tschüss! Das war's! Kannste ausmachen! Okay. Ja, Leute, ihr habt es gesehen, da habe ich gerade mal wieder so richtig schön reingelegt. Wenn ihr euch das Video gefeiert habt, lasst einen Daumen nach oben da, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Kapitel mit Piggy. Tschüss! 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 Tschüss!